Wir sind selber schuld, also konnten die ersten Minuten unser Spiel ein bisschen umsetzen, dann machen wir auch 2-1-0. Ja gut, dann hat Fortuna ganz gut gespielt, dann kriegen wir das Tor wieder aus dem Standard. Das ist das gefühlte zehnte Tor aus dem Standard in der Rückrunde, unglaublich. Die Luft ist nie raus, es ist einfach deprimierend aktuell nach dem Spiel direkt. Wieder zuhause nicht gewonnen gegen eine Mannschaft, die irgendwo unten oder im unteren Teil der Tabelle steht. Das war eigentlich nicht unser Anspruch, unser Ziel gewesen und deswegen ist natürlich die Enttäuschung groß.